Willkommen zur nächsten Runde Battlefield 4 mit Leo! Hi Leute! Hi Leute! Und wir spielen Golem von Oman, Conquest Latch, ja sofort, ich fliege! Und ich lache gerade, weil Leo mir gerade gesagt hat, dass ich seine Begrüßung immer wiederhole, die er immer sagt und das habe ich gerade wieder getan. Ey! Ey! Das funktioniert nicht. Achso, und Leo, erzähl uns doch mal, warum du jetzt besser spielst als sonst. Ne, ich spiele noch gar nicht besser als sonst. Sehen wir ja erst dann. Ja, aber warum du angeblich besser spielst als sonst. Ja, wenn ich wirklich besser spiele als sonst, dann sage ich's. Okay, das ist eine legitime Ausrede, denke ich. Hoffe ich. Esslige können die gar nichts. Spiel Jetpack. Richtig sneaky auf dem Dach gelandet. Jetzt haben wir unseren Spawnpoint. Bist du eigentlich fahrne? Charlie, ne? Ge-killed. Ich weiß nicht. Äh, ja. Moment, ich leg mich hin. Team Setup. Charlie, bit me! Oh, Charlie bit me! Weißt du, wie der eine aus unserer Klasse das nochmal macht. Au! Charlie bit on my finger! Du meinst den Turken, ne? Ah. Der hat das aber voll lustig gemacht. Ich könnte ja jetzt richtig, was ist denn das machen? Ah, nein. Aber das machst du ja nicht, ne? Weil ich jetzt gestorben bin. Ah, scheiße, er war aus seinem Panzer ausgestiegen, naja. So, wir machen jetzt ein bisschen Dach, äh, überwache. Nicht, äh, ge-campe. Haha, weil die PKP hat nämlich voll die Galle-Range. Ja, so viel steht schon mal fest. Oh, du bist bei mir. Hi! Da fährt ein Panzer unten rum. Ja, und? Lassen sie sich nicht erwischen. Oh, du hast was dagegen? Ja, umso besser. Ich habe einen Mörser. Ja, perfekt, auf dem Dach. Zack, zack. Wum, wum. Ha! Getroffen, würde ich sagen. Haha, ja. Ist noch Musik. So, jetzt. Da, 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 da. Vielleicht schieß ich die gerade auf uns, die Mörser-Teile. Wo sind die Typen? Markier die mal. Ja, niemand. Okay, dann warte da, ich spring runter und nehm eh mit einen. Ich hatte heute so geniale Runden. Ich hatte wirklich 10.000 Punkte, so GG, ohne Boosen alles. Ja, Max spielt immer auf No-Kill-Servern, nur mit einnehmen, um zu leveln. Ja, aber ich mein auch von der STAT recht gut. Ah, ich hab sogar einen Boost. Ja gut, die STAT hast du bei dem Server von Max natürlich nicht, ne? Ne, natürlich nicht. Wo, hinter dir? Ja, was? Bastien. Ich dachte, das klappt besser. Oder ich hatte gehofft. Nicht, ich dachte. Komm von da hinten, von Richtung. Oh, jetzt ein Auto. Ich gammel dir noch vergoldete Punkte. Ey, nein, Mann, wir liegen zurück. Stehen nicht immer nur auf dem Dach rum. Nimm mal was ein. Spaß. So, repariere dich, kleines Buggy. Ne, ich nehm den. Geil. Ein nettes LA-Wiechen. Da ist er markiert. Sehe ich den? Den sehe ich nicht. Dann geht's weiter. Soll er doch da rumgammeln. Wir haben zu wenig Punkte. Nice. Was denn? Train on the way. Was ist on the way? Der Party-Train, der Bagger. Party-Train. So, sag mal an, was wir uns jetzt holen. G. Ja, okay, ich fahr zu D. D blinkt. Danach könnten wir dann C machen. Ich bin tot. Nicht jetzt. Doch. Ja, dann schauen wir als Beifahrer nach. Dann bist du schön Dingens-Schütze. Der Coole. Junge. Wie viel hält denn der aus, bitte? Ja, geh in den scheiß Container rein. Junge, was haben die denn hier aufgestellt? Ich steig aus. Ha. Oh, komm. Voll richtig, ey. Ne, das liegt an der Map. Ich hol' mich. Hier, jetzt, ein Kratzeis. Wer kennt ihn? Ne, die Frage ist, wer kennt ihn nicht? Ja? Nein! Weg! Ich bin nicht blockiert. Wie er da stand, ey. Von hier kann man einen nehmen. Mach doch zu, mach zu! Ich wollte aber Kills machen. Ja, ich hab' ihn. Und er hat mich. Leute, ich hatte 4-0 bis hierher. Ach, scheiße. Ich hätt' aufm Dach stehen bleiben sollen. Knack. Oh, ich hab' ne coole Sonnenbrille. Dann hol' dir doch jetzt mal dein Kratzeis. Voll verzogen. Junge. Ich war drauf und ich hab' nicht Dauerfeuer gemacht. Also, du bist auch direkt hier? Ja, los geht's, ne? Ey, ich hab' Neville Strikes gespielt. Das macht voll Spaß. Oh, der war aber schlecht. Panzer! Wo? Hinten. Ach, da, ja, ja. Kennt man ja, ne? Die nehmen sich eh ein, die Helll. Machen sie das, dann teilen wir uns auf. Oder? Eh, haben wir wieder eingenommen. Sehr gut, ich komm' mit. Hier ist so'n Fahrzeug. Ich will jetzt nicht nur rumlaufen. Wo sind denn die Gegner aus? Oh ey, was ist denn das? Leute, ich hoffe ihr seht ja, ich nehm' jetzt mit meinem Aufnahmeprogramm auf. Ich hab' jetzt ein Aufnahmeprogramm. Ja. Oh, der Sturm kommt. Junge! Ja. Eigentlich voll heftig grad' die Ansicht. Jo! Aber er kommt immer noch zu früh, weil... Bei 600 Tickets irgendwie. Ich hab' das genaue Gegenteil von dir. Noch nicht so richtig, aber fast. Hä? Wie? Drückt ab. Achso, ja, gut. Huch. Ah, 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 ah. Muss mein' killen. Ich esse jetzt mein Kratzeis. Werde es genießen! Ah! Das sind viele Fahrzeuge. Kommt gleich einer. Einer ist ausgestiegen. Zwei. Okay. Ich krieche jetzt durch Steine. Drei, vier. Ja, ja, ja. Wo sind die? Level ab. Hast du geholt? Mhm. Den anderen hab' ich. Panzer. Sieht mich. Ich lebe. Wie geil. Der weiß aber, dass ich hier bin. Einer ist ausgestiegen. Zwei sind da. Oh, gerade so. Hä? Jawoll. Jetzt geht's los hier. Geschichte 1985 heißt er. Pass auf, da sind noch zwei, drei Leute. Ja, einen hab' ich grad' weg. Bin ich glücklich. Und Minen liegen da auch. Also, fahr' nicht weg. Da ist, da kommen zwei. Triple kill. Sehr schön. Ich hab' grad auch voll die Streak irgendwie. Na, jetzt bin ich tot. Aber es ist. Join nach, dann bist du direkt wieder hier. Ich muss schnell, äh, links ändern. Hab'n Griff. Vielleicht kommen sie von links. Ne, da. Da sind sie. Hinten links. Ob der besser ist. Pass auf, die rennen hier überall, ey. Da kommt er her. Ey, wo bist du denn? Oh, da. Oben links. Da. Ja, hinter dir. Ja, scheiße. Boah, 8-1. Läuft grad' voll bei mir. Nein, zwei. Und wir führen. Wir haben, ja, toll. Wir haben das Spiel richtig geil gedreht. Genial, Leute. Ich bin bei dir. Was ist denn hier liegt? Wo bist du hier? Nein. Ich hole mir wieder zähl. Der Punkt ist voll geil. Bisher bin ich eigentlich immer nur bei E&F rumgelungert, beziehungsweise wollte da rumlungern. Hä, hier waren wir da auch schon mal. Ja, natürlich war ich hier auch schon mal. Aber die anderen Punkte finde ich einfach cool. Ja, wir gehen jetzt mal vorsichtig vor. Wir rennen hier jetzt nicht direkt auf den Platz. Ja, das würde ich sofort wegholen. Runterholen. Hol dich jetzt. Was? Das ging mir aber ein bisschen schnell. Ein geleckter Tauner. Ey, der ist auf dem Dach drauf. Ich ticke aus. Da, 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 da. Ja, SL2 OP. Glaube ich aber auch. So, ich bin bei dir. War das schlau? Ist ja geil. Wo denn? Fahrstuhl? Ne. Ich laufe weiter und nehme ein. Ich muss mich ein bisschen an der, äh, Scoreboard-Spitze halten. So weit das noch geht. Lol. Wie ich ihn überhaupt nicht gesehen habe, ey. Oh, der hat ne... Pass auf die H-Wog auf. Okay, H-Wog ist weg. Ich weise mich aber eigentlich auf Pionier umzustellen, weil PKP gefällt mir grad richtig gut. So, Neo von C. Ah, Brams, ja. Egal, Abrahams geht immer, ne? Und sogar Neo von C. Ja, was willst du mehr? Haben wir so mit Maria, hm? Abrahams. Was? Der hat mir Fett dann reingedrückt. Da ist ein Jet über mich drüber geflogen und da hat mich ein RPG mitgenommen. Ja, toll. Eben hatte ich 8-1, jetzt habe ich 8-5. Was ist das denn jetzt hier? Ganz schön schlecht, ne? 4-8, Junge. 4-8. 4-8, Junge. 5-8, 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 Junge. Vielen Dank.